und damit meine ich so richtig kacke aber gut aber gut so den panzer will ich schnellstmöglich ausschalten erstmal da war auch eine panzermine schön oder war das eine panzermine ja das war eine panzermine okay so erstmal hier medic für die beiden so du bist du noch mal aufs maul und dann verschanzen wir uns mal ein bisschen ja 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 Oh Marina, zeig mal, was du kannst, ne? Oh, oh, guckt euch diese Präzision an, oh BAM, nice, Marina best Sniper ever, ok, sehr schön. Ähm, ich brauchte mal ein paar mehr Leute, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich da einen kleinen Manko gerade. Das ging voll daneben, ach Largo, komm schon, ich weiß, du kannst es besser, ich weiß, dass du das deutlich besser hinkriegen kannst, also nochmal, na bitte. So, und dann noch ein, Dankeschön, damit wird der ausgeschaltet. So, und dann verstanden wir uns hier hinter, perfekt, so, gut, gut. Okay, Alicia, du darfst mal ein bisschen scouten gehen. Kommen wir hier rum, es sieht so aus, es sieht so aus wie ja. Und setzt dich erstmal kleines Problem. Oh, untouchable shot. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Erstmal occupieren, wie geht das Camp? So. Ich glaube nicht, dass ich von hier aus irgendwo an die, ähm, ne, von hier aus komme ich da nicht ran, außer ich gehe halt hier rum und adiviere das Ding von dort aus dann. Ist aber kein Problem, ist aber kein Problem, so, kein Problem, ja sie. Okay, okay, okay. Und zwar dachte ich mir, hey, wäre doch eine tolle Idee. In Scharfschützen hier auszuschalten. Und Rosi findest du auch, ne? Ja, dachte ich mir. Das dachte ich mir, dass du da ähnlicher Meinung bist. Okay. Das ist doof. Ich dachte, ich komme noch bis zur Deckung. Ich dachte, ich komme noch bis zur Deckung. Shit. Okay. Kein Problem. Ein Scharfschütze, der mich in Sichtfeld hat. Jetzt überleben, hoffe ich. Okay. Das ist da. Stehen die da direkt an der... Kempernkanone ja. Eh. Gut. So, Alicia, gehen wir ein bisschen weiter scouten. Hm. Kannst du mal so gut. Hm. Okay. Hey, na? Ja, ihr zwei? Schaut mal hier. Ich hab da was für euch zum Spielen. Ich find's lustig. Okay. Okay, äh. Zumindest den hier schalten wir jetzt noch mit Alicia aus. So. Ich kriege hier irgendwas, wo ich sie verschanzen kann. Mehr oder weniger. Hier kann ich mich mehr oder weniger verschanzen. So. Hey, Rosie. Sehr schön. Internet verwegt. Oh. Hast du jetzt den Anfang der Mission gar nicht gesehen? Äh, umso besser. Weil, äh, der war doof. Ich hab die Kacke angestellt. Ähm. Okay. Okay. Ich bin, wo ist der? Kraftschütze mit speziellen Namen. Okay. Ja? Ja. Okay. PC-Z-Hacklich damit abgestützt. Ja, Mensch. Der PC sagt sich auch, ohne Internet will ich nicht. Diese Leute sind einfach krass. Also, die Leute sind einfach krass. So. 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 die wir jetzt erst reparieren sollen, die Edelweiß, egal ja, da komme ich dahin, wo ich hin will ja, und Kanon überlebt das Mist man hat das nicht verstanden auch doof auch doof na gut na gut na gut na gut ja hier friss oder auch nicht, weil largo mal wieder nicht treffen kann man ja ich bin auch immer noch nicht das ist aber nicht mehr gibt es war echt so ein moment hätte ich nicht sein müssen und so bist du leider nicht ist aber kein problem ist aber kein problem hier einmal reparieren und dann wollen wir hier die sandsäcke wieder auf interessanter art und weise dann eine sandsackbarrikade aufzubauen aber ja komm sollst die wieder hinstellen danke nein das war so nicht getan du hast jetzt wieder money und du darfst damit auch gerne dass den treffen ne dankeschön geht doch geht doch warum nicht gleich so warum nicht gleich so okay okay ich hatte mich nicht mehr die bewegung über rossi auch nicht ich hätte ich noch ein stück vor Was im Sichtfeld Und du triffst Perfekt Och Marina Du bist so eine Verdammt gute Scharfschützin Okay Ähm So Noch ein Stück weit davor Und dann passt das Ich weiß nicht ob Das mit Ob das Wort Allergie so ernst zu nehmen ist Ja Ist halt einfach What Die war in Deckung Das gab kein Kopfschussbonus Wow Wow Böse Okay Okay Ähm Das wollte ich so eigentlich nicht Aber hey War so zwar nicht geplant Aber wir machen jetzt einfach mal das Beste draus Der ist In Deckung Ist doof Jetzt nehmen wir den hier Ach Komm schon Noch mal ein Versuch Info Das wollte Ähm Gut Vollenergie Äh Stimmt Das war ja Äh Verständlich Ähm Was hat man noch Äh Das hat Allergie Genau Ist halt eine Stauballergie Ne Und Staub und Sand Und Äh Wird halt als Wüstenallergie Bezeichnet Ähm Das ist schon alles Ich sag mal eine Stauballergie Ist jetzt nicht so Äh Gewöhnlich Wow Hey na Äh Du hast Ich komm noch Happy Das ist So 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 Na gut Sollte auf den hier schießen Und man ja jetzt in Position aus Äh Dustallergie Da könnten sie aber nicht erklären Warum halt in der Wüste Weil in der Wüste Erkennt Wäckiger Staub Ist ja Sand Und Ja Nimm es einfach hin Nimm es einfach hin Nicht hinterfragen Einfach hin Information kommt hin So Gut Haben wir da die beiden noch Da ist noch ne Eti Kennen Die mich ein bisschen stört Jetzt stört sie mich nicht mehr So So Dann positionieren wir uns mal So Wobei Wir positionieren uns mal da so Äh Ach da sind Scharfschütze Sehr gut Äh Hält dann immer so viel aus Ah Könnte ich das schaffen? Ich glaube das schaffe ich Moment Erstmal Äh Ich prüfe dir da so ein bisschen Bisschen Klick Einfach weil ich es kann So Dann Äh Gehst du weg Dann So Gut Ich brauche dich jetzt für genau zwei Aktionen Einmal schaltest du den da bitte aus Dankeschön Und zum anderen schaltest du gleich bitte den Scharfschützen noch aus Einfach äh Weil das nur so an deinen Head ist und du bist ein Tod im Blick Und dann rufen wir Alicia auf den Plan die eine sehr große Bewegungsreichweite hat Das sind Panzerminen die sind mir geil Ach ja Und vielleicht eine neue pc na mensch Ich hoffe es für dich Sir Wir haben es geschafft Wir haben die Beine Die Grundsätzliche Basis Great Das ist Exzellent Gris Ich bin stolz von dir Sir Ich kann noch nicht ein Kandell zu Isara Aber ich habe was ich konnte Es ist Arzis Das Haus ist endlich wieder Und dein Edelweiss ist Und gut und in guten Hand Und du kannst ruhig Ist Vers conditional Aber gut Aye Entsteig Spirit Detweiler T Export Vielen Dank.